Hallo meine Freunde, ich werde heute ein Video machen, ein Commentary. Heute kein Let's Play Video, sondern ein Commentary über den Rassismus. Ich werde sehr tief, sehr tief in diesen Rassismus eingehen und ich werde ein Beispiel nennen, was euch vielleicht interessieren mag. Nehmen wir es erstmal an, in Deutschland wäre Krieg. In Deutschland würden Bomben fallen, nehmen wir mal an aus Frankreich, Bomben fallen, Bomben fallen, viele Deutsche würden auswandern. Vielleicht nach Italien. Das wäre möglich. Und dort angekommen, würden wir nicht aufgenommen werden und würden einfach in ein anderes Land verfrachtet worden. Oder wir wären in ein anderes Land verfrachtet und würden überhaupt keine Hilfe bekommen. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar Familienangehörige in Deutschland verloren durch den Krieg, durch die französischen Bomben, die in Deutschland eingeschlagen sind. Und ich bin völlig verängstigt, ich habe alles verloren. Mein ganzes Hab und Gut ist in Flammen zu Hause. Und ich komme jetzt, wer in ein anderes Land verfrachtet. Gut. Zum Beispiel, ich komme jetzt nach Kirchenland oder so. Anderes Land verfrachtet. Mach wieder eine lange Reise hinter mir. Verliere vielleicht dadurch noch einen Angehöriger, weil er nicht mehr kann. Vielleicht die Oma, die einen Herzinfarkt bekommt, weil sie einfach nicht mehr kann. Und dann, 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 dann frage ich mich schon, das ist doch heute auch so, wenn jetzt Leute, zum Beispiel aus Somalia kommen, hier nach Deutschland kommen, oder zum Beispiel nach Italien, die bekommen kaum richtige Hilfe, keine Chancen. Weil, meine Freunde, natürlich sind diese Menschen in Somalia arm. Da gebe ich, da gebe ich den Leuten auch recht. Die sind, ähm, ich würde sagen, finanziell arm. Aber menschlich, meine Freunde, menschlich sind diese Leute reich. Und viele Deutsche sind ja auch nicht reich, sondern arm. Ich weiß nicht, ihr könnt mir jetzt nicht folgen, oder? Versteht ihr? Ich meine jetzt, ähm, ich meine jetzt menschlich reich, weil die haben ja kaum was, aber sind trotzdem richtig gute Menschen. Menschen helfen, haben sogar die Tür offen zu Hause. Jeder darf rein, die würden sich sogar einladen, wenn du, wenn du fragst. Wenn du Hunger hast, dann kommt einer zu dir hin, in den Ländern, und dann, dann kriegst du da wirklich irgendwas zu essen. Das ist sehr nett von denen. Und ich finde das furchtbar, wie das ja heute abläuft, ähm, wie Leute aus Somalia, aus Syrien über, über das Meer fliehen müssen. Zum Beispiel aus Afrika, über den Kongo, da überall, wo Krieg ist, wo Christen ja auch verfolgt werden, weil der Islam durchgesetzt werden will. Weil, will die unbedingt eine Religion haben wollen. Und die Leute kommen jetzt übers Mittelmeer, sterben dabei. Und warum helfen wir diesen Leuten nicht, meine Freunde? Das verstehe ich bis heute nicht, weil das sind Menschen, wie du und ich, aus Fleisch und Blut, die halt, die haben kein Geld. Gut. Da frage ich mich, ist, da werde ich mich mal eine Frage stellen. Sind Menschen mit mehr Geld, die finanziell aufwachsen, die vielleicht gut behütet in Deutschland aufwachsen, die einen Job haben, mehr wert als ein, ein, als ein Kongolese, der vielleicht nur zwei Euro am Tag verdient, oder irgendwas? Das sind Kriegsflüchtlinge, meine Freunde. Leute, die keine Chance haben, weil ein Machthaber, zum Beispiel dieser Assad hier, das eigene Land bombardiert mit Waffen. Brutal und ungerecht. Und wir wollen sie nicht aufnehmen, wir müssen diese, wir müssen, wir müssen, wir müssen etwas machen dagegen, wir müssen finanzielle Hilfen wie diese Leute machen, wir müssen die integrieren, richtig integrieren, die einen Job sofort anbieten, eine vernünftige Wohnung, weil in Deutschland kann das auch passieren, weil in Deutschland kann auch irgendwann mal ein Krieg kommen und dann wären wir froh, wenn andere Länder uns auch helfen würden. Ja, das ist das Rassismus-Kommentary und ich sage es auch ganz ehrlich, gib Rassismus doch keine Chance, weil das bringt nichts. So, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich werde das nächste Video morgen machen, vielleicht, dann vielleicht ein Let's Play mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich sage, ciao, euer YouTube Gamescom.